So, man stellt die dreckigen, stinkenden Mülltonen immer weiter zu unserem Fenster hin. Und die Papiertonen sind da und die Gelben auch da. Und die ganzen Mülltonen jetzt nur weiter verschönt. Damit das schön unter unserem Fenster stinkt, kommt es immer dichter. Anstatt Müllton weiter hinzustellen, kommt es immer dichter unter unserem Fenster hin. Dafür noch ein Wissung.